hallo schön meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen angespielt Zombieland afk survival nennt sich dieses Spiel und ich bin gespannt was es uns bringt es sah ganz interessant aus ich habe im Google Play Store mal wieder ein bisschen rumgestöbert und es sah okay aus wir schauen mal hallo freut mich dich zu sehen willkommen in den Vereinigten Staaten von Zombieland ja jetzt gibt es fast nur noch Zombies achso das ist Zombieland tatsächlich ein Spiel auf den Film ja alles klar okay ich mag nicht so viel lesen hier Zombies Zombies Mission okay ach guck mal ich kann die selber noch antippen verwässert dann Helden für mehr Leben mehr Schaden 31 wo sehe ich mein Gold da oben hopp hopp tipps tippen vor 25% Schaden des niedrigsten Helden was okay mal viel Gold draufhauen Level 2 Billings hat einen Fertigkeitspunkt für seine Koronis bekommen tippen auf sein Bild um sein Fertigkeitsbaum aufzuzählen gut was können wir hier Feuer Alarm ne Zombie Zombie Ziehtstoff erhöht Billings AP um 50% wir machen jetzt 5 Tab Schaden kommen schnellere Zombies Mission abgeschlossen verbessere Billings soll ich eigentlich auch schon abgeschlossen haben achso hier in dem Sinne verbessern alles klar sagen wir 15 Münzen tötet 10 Zombies gehen wir auch noch schnell hin ne ich wollte schon sagen mal ein Boss gegen ne nö 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 wo haben wir uns dann hier haben wir unsere Eidl Clicker 15 Tabs pro Sekunde der rote Punkt bedeutet dass du eine Etappe erreicht dass du dir erst eine Belohnung gibt Primär Waffenschrott 50 Stück ab zur Waffen Verbesserung können wir unseren Colt verbessern Schaden mal 1,44 nutzt die Fähigkeit von Billings der Siege 3 Wellen na gut damn tippen wir mal voll cheating so erledigt zusammen mit 1000 Münzen das ist auch wieder schnell erledigt wenn wir den Gsta antippeln schaden ist nicht viel mehr er macht 99 30 zombies auch schnell gemacht er hat das vor der 3 was verdammt aus damit aus verbessern juhu hat man ihm an 23 tipp schaden beide haben ein skill ja und houston wir haben ein problem sich nach der zeit ist der laserschlag aus dem karten krieg und v sagt abgeschossen der verhung das ist auch gut abgeschossen gehen auf den wundern zu machen ist was tolles 1000 gold dafür besiege sechs wellen etappe drei abgeschossen kriege ich eine mp die ich damit ausrüsten werde diese mp ist stärker aber sie kann selber abgefeuert werden warum öffnen aus gestern schließen mission ab um bessere waffen zu kriegen 30 tipp schaden wahrscheinlich auch nicht jetzt ich an den einheitlich habe war denke ich 26 sekunden abklingzeit sammeln 5000 münzen ist auch schnell gemacht ein laser strahlen ah ja ah ja und wieder ein dicker wieder nächste etappe abgeschossen hat ja echt glück vier tappen in drei minuten für die schlussphase eine sim karte so so ach das war tatsächlich nur das tutorial burlington diese müssen wir auch sein 3 team und das nur zwei helden rufen wir einen neuen helden haben wir eine sim karte bekommen und wir haben charlotte bekommen eine unterstützung leider nur macht also nicht so viel schaden wie ich eigentlich wünschen würde 184 gesamtstärke nice trägt dann sprang fast fliegt ein bisschen was die menschen sind wenn er getötet wird ach alle wieder nur 1 ist ja unfair das war tatsächlich nur tutorial und ich krieg dafür nichts das ist ja richtig böse ich habe meinen klicker das reicht schon so wir können wir alle auf level 9 verbessern oder auf level 2 halt entsprechend machen 10 tapp schaden eine hoch eine explosions flasche was haben wir da ein ereignis die reise beginnt beantwortung 50 metallschrott ach so sieben tage lockt immer alles klar ziel gehen nach burlington let's go was haben wir hier gift aber gift wo weiß wir schatten auch schon level 1 gehabt egal 50% erleben und den da tap 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 10.000 gold haben wir die eingefroren naja also ohne klick aber das spiel so wieder gefühlt nicht so geil Braucht ihr so einen Max-Verbessern-Button? Ein Kühlschrank. Was war da drin? Nischt. 58 Step-Schaden. Nice. Protein-Regel. Achso. Ah ja. Miau. Ja, ja, ja. Ist ja okay. Nehme ich doch schon mit. 7000 Gold haben wir. Hatten wir. Also wirklich funktioniert der Klicker nicht so richtig in dem Game, oder? Ich glaube, das Gang kommt mit 15 Klicks pro Sekunde nicht hinterher. Zack. 1.430 Schaden hat sie. Zack. 100.000. Jetzt habe ich diese Mission, diese Belohnung leider nicht, diese Kill-1000 Zombies und so weiter. Voll schade. Bleib mal für den Aufprall. Ich habe bisher noch nicht 1G genutzt. Nicht notwendig. Ich weiß nicht, dass ich dann über den hier, der macht mir nichts mehr Schaden. Ja, ja, ja. Pst. So, dann haben wir nicht auch noch alle Skits. Das bräuchte ich nicht für Level 7. Mindestens jeden Skimmer auf Level 1 Skillen. Neuigkeiten. Nehmen wir mal 5 Schlüssel mit. Warum nicht? Achso. Ja, ne mit. Islam war keine mehr. Okay. Dann einen Helden rufen. Phönix. Gewöhnlicher Tank. Aufwachen. Na gut. Kann ich hier meinen... Ach guck mal, es gibt sogar Eidle. 55.000 Gold bekommen. Ich kann leider keine Dings mehr mitnehmen. Keine Einheit mehr mitnehmen. Helene Scherbe. Na, rüste mal aus. Die Innenriegel. Äh. Kann halt auch noch irgendwas haben hier. Teddy. Gesundheit mal 2. Ah, ja. 226 Tab Schaden. Von 58 so weit hoch. Erledigt. Helena lebt. Haben wir Helena... die Regel freigeschaltet. Regel 40. Erhöhnt den Schaden von Primärwaffen. Nehme ich. Verbessern. Um 10%. Nächstes Level ist 15%. Ziel gehen nach Boston. Bin ich jetzt wieder von 0? 4 Helden benötigt. Äh. Houston, Billing, Selena. Charlotte. Der ist ein Tankter-Typ. Den brauchen wir gerade nicht. Fahre ich wieder bei 0 an? Wenn der erst mal bescheuert. Ich fahre tatsächlich wieder bei 0 an. Uff. Leute, uff. Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Ereignisse sind was? Ich habe fünf Ereignisse. Ah ja. Findehäuser besser einmal regeln. Wollen wir ein bisschen was beanspruchen. Eine Shotgun. Aber die Waffen behalten wir, ja. Oder sind die auch wieder weg. Hier. Ne, die behalten wir tatsächlich. Die bleiben. Nur alle Fähigkeiten resetten sich immer wieder, was ich voll bescheuert finde. Das ist abgeschlossen. Also hier gibt es tatsächlich, kann man einfach das nicht nochmal neu machen. Muss man einfach weiter, ähm, zu Ende spielen. Aber hier geht es sicher noch ziemlich weit. Oh. Ah, ich habe altgerückt, ich verstehe. Äh, ja, ich denke mal die ganzen... Äh, ich wollte rauskolen. Steuerung, wo ich drücken. So. Den kompletten Content kann man hier wahrscheinlich langlaufen noch. Na gut. Quests. Ah ja. Tägliche, ah, okay. Wöchentlich. Entwickler einmal Helden und so weiter. Okay, meine Freunde. Naja, schade. Das hat sich besser... Hat sich besser angesehen, als es ist. Aber leider fange ich immer wieder mit, finde ich immer ein bisschen doof. Aber na ja. Das war's dieses Mal gespielt zu Zambieland auf Kassel. Aber wir langen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann, Leute. Ciao, ciao.